bock auf einen kurzurlaub freunde dann kommt mit in den pazifik willkommen in der noppenklötzelscheune mein name ist blogstar und freunde wir sprechen heute über die grumman tbf avenger das kobe z 5752 den standard torpedo bomber die amerikaner auf dem pazifik schauplatz deswegen habe ich euch hier ein paar palmen aufgebaut aber die briten haben diesen standard torpedo bomber auch eingesetzt im atlantik daher hier meine britische kokade auf dem t-shirt passt also alles freunde mit diesem set treten wir die türen ein und sprechen zum ersten mal über ein set aus der 1 zu 48 reihe von kubi mit dem thema zweiter weltkrieg bei den düsen jägern haben wir schon länger 1 zu 48 aber nicht bei selbst aus dem zweiten weltkrieg und hier ist das mein erstes dass ich euch vorstellen darf ich kann euch sagen es folgen aber noch weitere ja freunde steigt jetzt einen torpedobomber und dann schauen wir uns den inner dieses set auf dem bautisch genauer an meine stimme so rau wie die eines wütenden rechers passend dazu auf dem bautisch aus der historische collection world war 2 von kubi das 5752 die grumman tbf avenger und avenger steht ja für rächer tbf so hießen die flugzeuge von northrop grumman später im verlauf des krieges hat auch noch general motors flugzeuge hergestellt die hießen dann grumman tbm avenger also m für general motors dieses flugzeug kommt hier im marsch ab 1 zu 48 daher 392 steinchen und eine mini figur ich kann euch sagen dass in echt drei personen dieses flugzeug gesteuert haben nämlich der pilot ein navigator und ein funker und es wurden fast 10.000 einheiten dieses typ ist gebaut der standard torpedobombers der amerikanischen streitkräfte wir schauen uns die rückseite an da sehen wir die fakten die bekommt ihr gleich auch noch mal als folie wir haben hier ein original foto auch hier schön mit fanghaken für trägerlandung wir können das fahrwerk ein klappen wir können die querruder bewegen und natürlich können wir hier die kanzel abnehmen das ganze flugzeug wird dann 25 cm lang und 11 cm hoch wir haben hier eine mini figur und ganz wichtig ist noch die spannweite die beträgt 33 5 cm ja freunde wir sehen schon viele drucke aber was genau sich im karton dieses selbst verbirgt sehen wir erst wenn wir unseren rächer hier einmal fliegen lassen ja freunde zwei bautüten haben wir in diesem karton versteckt hellblau dunkelblau und unsere minifigur schöne kobe steine und eine kleine anleitung hier im postgartenformat klammer gebunden und natürlich bedruckt innerhalb der eu beziehungsweise auch noch mal ein hinweis bad printed wir haben hier wirklich keine sticker auf unseren 392 steinchen wir schauen uns kurz die anleitung an wir fangen mit der tüte 1 an machen uns haufen oder packen das in schälchen in gläsern wie auch immer ihr das wollt und dann klemmen wir drauf los wir haben hier kleine legenden die uns sagen welchen bric modified wir brauchen oder hier welchen batch wir haben hier anlegehilfen und ganz wichtig ich jetzt immer wieder gerne wie funktionieren kobe anleitungen wie liest man sie der erste bauschritt ist farblich der zweite ist dann auch farblich wobei der erste dann ausgegraut ist wie soll man sich hier in so einen weiß gehalten in diesen rechtecken sehen wir die steine die wir brauchen und wir haben keine seitenzahlen wir haben nur die bauschritte die sich fortlaufend durch das ganze anleitungsthema ziehen und feile weisen uns den weg hier zum beispiel ganz wichtig da sehen wir wie wir mit einem bügel perle applikator eine bügel perle aufbringen und wir haben dann nachdem wir natürlich die tüte zwei aufgerissen haben unseren rächer unser tbs avenger aus dem hause grumman fertig mit den bau step 87 wenn wir hier die minifigur zusammen setzen und auf der letzten seiten bis zu den letzten seiten haben wir immer eine teile übersicht also wenn euch ein teil mal fehlen sollte dann hier unten auf der webseite gleich monieren ein bisschen werbung noch für andere sets aus der jägerserie im maßstab 148 und hier hinten dann auch ich kann euch sagen dieses flugzeug obwohl es kein reiner jäger ist ist quasi mein erstes kobi flugzeug im maßstab 1 zu 48 wobei wir die liberator ja auch schon gebaut haben und die ganzen düsenjäger aber hier thema zweiter weltkrieg ein propeller maschine ist das unser erstes set im maßstab 1 zu 48 ich bin gespannt ich liebe diese pazifik serie aus dem hause kobe deswegen wünsche ich euch schon mal viel spaß beim lauschen der fakten und mir beim klemmen speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir heute über das historische vorbild dieses kobe sets was ich für euch baue wir sprechen über die grumman tbf avenger die grumman tbf avenger ein amerikanisches träger gestütztes torpedobomber flugzeug sticht in der geschichte des zweiten weltkriegs durch seine herausragende leistung und vielseitigkeit hervor die maschine wurde von der grumman aircraft engineering corporation entwickelt und absolvierte ihre jungfernflug am 7 august 1941 nur wenige monate vor den eintritt der vereinigten staaten in dem krieg nach dem angriff von pearl harbour daher auch der name avenger die avenger erwies sich schnell als unverzichtbares rückgrat der us navy und des marine corps indem sie in zahlreichen entscheidenden schlachten über den pazifik eine zentrale rolle spielte mit einer länge von circa 12 19 metern einer spannweite von circa 16,51 metern und einer höhe von circa 4,62 metern war die avenger ein beeindruckendes flugzeug ihr maximale startgewicht betrug rund 8.165 kilogramm sie wurde von einem bright a 2600 20 twin cyclone 14 zylinder sternmotor angetrieben der eine leistung von 1900 ps erbrachte diese kraft ermöglichte es der avenger eine maximale geschwindigkeit von etwa 442 km h zu erreichen bei einer reichweite von 1609 kilometern und einer dienst gipfel höhe von etwa 9174 metern diese werte können alle immer etwas abweichen je nach quelle siehe meine folien mit den fakten von kobe die bewaffnung der avenger war ebenso beeindruckend sie konnte einen einzelnen torpedo oder bis zu 907 kilogramm an bomben im internen bombenschacht mitführen zusätzlich verfügte sie über 3 12,7 mm maschinengewehre zur selbstverteidigung positioniert im bug im kugelturm am rücken und im heck was sie zu einem gefährlichen gegner auch außerhalb ihrer primärmission als torpedobomber mache die einsatzgeschichte der tbf avenger begann eindrucksvoll während der berühmten schlacht um midway im juni 1942 obwohl sie schwere verluste erlitt bewies die avenger ihre fähigkeit entscheidende schläge gegen den feind auszuführen und wurde zu einem wesentlichen bestandteil der amerikanischen flugzeugträger streitkräfte die avenger trug nicht nur schwerste bomben lasten über weite strecken sondern war auch in der lage japanische schiffe und u-boote effektiv zu bekämpfen was sie zu einem schlüsselfaktor auf den pazifischen kriegsschauplatz machte über dem verlauf des krieges hinweg spielten avengers eine entscheidende rolle in vielen schlüssel schlachten einschließlich der schlachten um die salomon die philippinensee und leite beziehungsweise leite golf ihre vielseitigkeit ermöglicht es dort ihnen in einer breiten palette von rollen eingesetzt zu werden von torpedobomber mission über u-boot jagd bis hin zu such- und rettungseinsätzen was ihre bedeutung für die kriegsanstrengung der alliierten weiter unterstreicht während des zweiten weltkriegs wurde das design nur leicht verändert über 1000 tbs bzw tvms genannt tapen mark 1 und später avenger mark 1 wurden halt auch von der fleet er arm der royal navy auf dem kriegsschauplätzen im atlantik und pazifik eingesetzt ebenso wurde die avenger auch von der royal new zealand air force eingesetzt die produktion der tvf avenger wurde nicht nur von grumman durchgeführt aufgrund der hohen nachfrage während des krieges beteiligte sich auch general motors unter der bezeichnung der eben schon genannten tvm avenger an der herstellung insgesamt wurden fast 10.000 avengers von beiden unternehmen produziert was sie zum meist produzierten torpedobomber des zweiten weltkrieges und überhaupt macht es gab mehrere varianten der avenger darunter die tvm 3 mit stärkeren motoren und zusätzliche bewaffnung um hier mehr effektivität und überlebensfähigkeit des flugzeugs zu gewährleisten nach dem ende des krieges wurden viele wenn das ausgemustert einige fanden jedoch in den 1950er jahren neue verwendungen wie zum beispiel als frühwarnflugzeuge bei waldbränden u-boot jäger und rettungsflugzeuge einige avengers dienten auch in den marineflieger corps anderer länder bis in den 1960 jahre hinein was ihre langlebigkeit und anpassungsfähigkeit unter beweis stellt lustigerweise sogar bei den japanischen selbstverteidigung streitkräften in den 60er jahren heute sind die verbliebenen tvf avengers begehrte stücke in luftfahrten museen rund um den globus und einige sind sogar noch im flugfähigen zustand da zeige ich euch nachher sogar noch einen kleinen ausschnitt sie nehmen regelmäßig an luftfahrschutz teil und fliegen ehrenrunden die an den beitrag der besatzungen und flugzeuge zum ausgang des zweiten weltkriegs erinnern gerade in den usa die grumman tvf avenger bleibt ein lebendiges zeugnis der technischen fähigkeiten der tapferkeit der besatzungen und der strategischen bedeutung der luftkriegsführung im zweiten weltkrieg ja freunde ich finde interessante fakten über ein flugzeug das ich mir so von kobe schon lange gewünscht habe aber 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 freunde das erzähle ich euch jetzt gleich im review des kobe sets 575 so viel spaß dabei nach einer stunde bauzeit steht sie da unsere grumman tvf avenger das kobe set 575 2 und ich sage euch eins freunde es gefällt mir optisch richtig gut aber kobe hat hier meiner meinung nach meiner recherche einen riesen fehler begangen nämlich ist dieses fahrzeug historisch gar nicht richtig lackiert dieses hellblau ist viel viel zu hell es müsste nicht eher ein blau grau sein ich bilde euch hier mal das original ab ich blende ein foto ein da könnt ihr dann gleich mal vergleichen zwischen dieser tvf avenger und es ist noch viel lustiger wir haben hier keine tvf avenger wir haben eine tvm avenger ich habe es euch gerade bei den fakten erzählt dass die flugzeuge die von general motors gebaut wurden ja tvm hießen also hier hätte kobe wenigstens tbf bindestrich oder schräger tvm machen können um genau zu sein ist unsere georgia peach hier von der uss essex vom cv 9 vom fleet carrier das c steht für die kategorie der schiffe also für die träger und das v für flugzeug im amerikanischen abkürzungsjargon und die neuen ist die uss essex im april 1945 also ein flugzeug das am ende des krieges auch wenn im pazifik der krieg ja noch viel länger dauerte im einsatz war es gefällt mir optisch trotzdem sehr gut bis auf eine andere kleinigkeit die euch glaube ich auch schon ins auge fällt nämlich hier dieser abwehrturm und dann muss ich euch was sagen ich finde diesen maßstab hier in 1 zu 48 für dieses flugzeug überhaupt nicht gut wenn ich daran denke dass wir ja unsere f4f wildcat haben von kubi im maßstab 1 zu 32 wir haben unsere thunderbolt im maßstab 1 zu 32 wir haben unsere stuka im maßstab 1 zu 32 kubi warum bringt ihr dann nicht so ein tolles flugzeug ich habe euch gesagt immerhin fast 10.000 einheiten gebaut nicht auch im maßstab 1 zu 32 raus dann kann man die rücke besser sehen und sicherlich auch diesen abwehrturm hier viel besser gestalten also ein flugzeug auf dass ich mich sehr gefreut habe und ja ist ich mir schon gedacht habe dass der maßstab falsch ist aber für mich jetzt versteht okay gut das einzig richtig tolle daran ist dass ich es jetzt habe ich habe mit seine avenger auch wenn es eine tpm ist das weiß wird auch nicht jeder ist ja auch egal vielleicht im zuge dessen aber sie nimmt kein platz im regal weg das ist vielleicht der vorteil denn wir haben ja auch hier kein stand also das ist halt das was ich mir bei einem großen 1 zu 32 maßstab modell dann immer besser finde wenn man dann auch ein stand dabei hat ja was kann man sagen zum set an sich erst mal das sind die steine die über sind eine blaue bügel perle eine c claim und hier mg bügel perle applikator und lange antenne kurz antenne lange antenne ist immer ganz cool denn die beißt meine katze ganz gerne mal ab die verbiegen sich auch bei kubi immer so mit der zeit von daher schon mal cool dass das dabei ist dann habe ich noch was zu meckern denn ich finde die anleitung zu klein und auch dieses blau teilweise zu dunkel dass man mal so richtig gucken muss aha wo ist hier eigentlich die trennung wo ist hier der tube wo ist hier die noppe und bei der motorverkleidung habe ich mich auch ein bisschen schwer getan habt ihr vielleicht gesehen also ich finde diese anleitung ein bisschen zu dunkel und dann irgendwie zu vollgepackt also kubi legt eigentlich sonst auch immer größere mit bei bei anderen sets gut es muss in den karton packen ja okay da bin ich mal gnädig nicht so weiter tragisch und das flugzeug ja hat halt hier das was mir überhaupt nicht gefällt diesen hässlichen abwehrturm wir haben hier diesen spalt nach dahinten gut offene abwehr bewaffnung an flugzeugen gab es klar aber trotzdem wirkt dieser abwehrturm dieses runde hier mit diesen steinen überhaupt nicht gut ein bisschen wirkt es für mich wie so ein salz steuer ich weiß auch nicht also das kann man besser lösen theoretisch ja gar nicht mehr so verkehrt weil wir haben ja hier platz für drei minifiguren theoretisch also hier hätte noch eine hingepasst und da also ja ich zeige euch erst mal optisch wir haben hier halt dieses hellblau was wir bei kubi ja kennen bei marine flugzeugen quatsch hellblau hellblau haben wir den seiten was eigentlich hellgrau sein müsste oder blaugrau ich meine dieses dunkelgrau dieses navy blue hier mit diesen abzeichen der essex und dann die amerikanischen hoheitsabzeichen unsere 309 mit diesen angedeuteten x dann das hoheitsabzeichen auch mit der 309 schöne drucke eigentlich wir haben hier auf den transklierteilen drucke wir haben hier quasi einen angedachten auspuff die abgasanlage auspuff jetzt immer doof an wir haben hier die 309 die man nicht gut lesen kann und hier haben wir unsere georgia peach kann man auch nicht so gut lesen weiß auf diesen hellblau schön ist dass wir von unten hier quasi fast alles in anführungszeichen zugemacht haben was geht was ich noch gar nicht geprüft habe ist eigentlich können wir die flug flügel einklappen nein können wir nicht wirklich einklappen denn ja das ist auch so ein thema gerade bei so einem träger gestützten flugzeug wie bei der corsair hätte ich mir doch mehr gewünscht dass man hier die tragflächen einklappen kann das geht nur mit wirklich viel gewalt so geht doch aber sie bleiben nicht gut hängen ja gut damit bin ich gnädig habe ich gar nicht so auf dem schirm gab muss ich euch zugeben vielleicht weil ich zu sehr im kopf schon meinen kleinen rent wie ich euch gerade liefere hatte muss man ja auch mal zugeben das finde ich wiederum cool aber hier hätte man ruhig noch ein paar fließen schenken können aber wahrscheinlich einfach auch dem maßstab geschuldet bzw der preispolitik die kubi da hat also wir können die tragflächen einklappen wie bei einem träger alles cool wir haben ein fahrwerk was wir einklappen können deswegen ist hier auch ja dann keine befließung trotzdem hätte man es durchziehen können finde ich denn so ein flugzeug ist ja trotzdem von unten getarnt wir haben hier die abwehr bewaffnung wir haben das sporenrad und wir haben eine cockpit kanzel die bedruckt ist die können wir abnehmen und da haben wir unseren piloten und der hat mich im ersten moment an eine lego figur erinnert ihr wisst glaube ich warum er hat ja diese gelben handschuhe und die gelben händchen daher habe ich echt gedacht so guck mal eine lego figur so die hand dahinter dann bleibt es scharf trotzdem aber eine cool bedruckte figur eine coole navy piloten figur die gefällt mir richtig gut hier mit koppel tasche und schwimmweste richtig nice von hinten leider nicht bedruckt aber sonst cool schönes gesicht nicht mehr so ein verbissen wie früher die schulchen und die piloten haube das gefällt mir so jetzt sieht unser flugzeug aus wie notgewassert aber nein wir packen die figur da wieder rein wie gesagt ich habe bei den gelben händchen zuerst an eine lego figur gedacht ja wir klappen das fahrwerk wieder aus so und ich zeige euch noch mal hier der drei blatt propeller das ist cool dass er die gelben spitzen hat auch hier natürlich bedruckte haube von der seite hier diese diesen salzstreuer gefällt mir hat einfach nicht von hinten und das spornrad ist ein bisschen locker hier sonst aber schön gelöst dass wir es hier auch bauen und dann von unten ja ich klappe die flügel wieder ein etwas was ich vor lauter ja ich habe euch gesagt rent lust oder frust nicht gecheckt hatte so haben wir doch alle was vom video ich habe euch was erzählt zu unserer vt 83 der us-sex beziehungsweise unser tbm 3 beziehungsweise hier von kobe genannt die gramm tvs avenger freunde ihr bekommt jetzt detailbilder und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde ja freunde wie versprochen bekommt ihr jetzt hier in bewegt bild 360 grad einer detail ansicht unserer tbf avenger dem kobe set 575 2 und vielleicht bin ich ein bisschen randy gewesen gerade einfach weil ich mich sehr auf dieses set gefreut habe und somit dann es immer persönlich wird und dieses dann subjektiv von mir ist ich denke ihr könnt das nachvollziehen wenn ihr auf etwas euch freut mit herzboot ran geht und dann doch so leicht enttäuscht werdet enttäuscht seid ihr vielleicht auch von den fakten denn ich habe ja hier geredet von erste 1 zu 48 was ja nicht ganz stimmt ich habe euch schon die 5738 die b24 liberator den großen bomber im maßstab 1 zu 48 vorgestellt aber diese neue serie von flugzeugen einmotorisch aus dem zweiten weltkrieg im maßstab 1 zu 48 da ist jetzt hier unsere avenger die erste die ich euch hier vorstelle ja freunde dass das video schneller zu ende als man von einer kokosnuss auf dem kopf erschlagen werden kann im pazifik freunde ich bin ganz ehrlich dieses set hätte ich mir am liebsten in 1 zu 32 gewünscht es wäre dann natürlich etwas größer aber diesen preis wäre ich bereit gewesen zu bezahlen denn diese kanzel hier hinten dieser knubbel ich habe es euch beim radio gesagt gefällt mir gar nicht und ich bin eigentlich fan der serie die kobe hier schon angefangen hat mit der wildcat zum beispiel review findet ihr hier oben auf dem im schönen blau oder wenn wir an die corsairs denken das wäre cool gewesen dieses flugzeug mit seinen tollen eigenschaften in 1 32 wäre zucker gewesen so ist es ein ganz okayes set mein erstes vielleicht deswegen auch hier etwas weniger euphorisch wenn es um die 1 zu 48 serie geht es hat seine vorteile ich habe es euch alles gesagt schreibt mir eure meinung bitte unten in die kommentare und wenn ihr da seid schaut auch gerne noch mal in der video beschreibung vorbei da findet nämlich alle weiteren infos zum set und auch links wo ihr es beziehen könnt ja freunde ich würde sagen dann steigen wir jetzt hier ein es ist ja platz ist ja ein dreisitzer ich kann also zwei von euch noch mitnehmen ich wünsche euch einen guten flug auf wieder bauen euer freund der block star